Wir sagen der Frau Buchner auch gleich hallo. Die kennt ihr noch von dem vorherigen Video. Mal schauen, ob sie auch heute einen Black Gin Tonic mag. So Anastasia, wir biegen hier rechts ab. Das ist unsere Straße hier. Hier werden die Verkostungen gemacht. Hi, servus. Trinkt ihr Gin? Nee. Kennt ihr uns? Nee. Weil du hast eben so gelächelt. Ich dachte, vielleicht kennt ihr uns von TikTok oder so. Nein. Nein? Kein Gin Tonic oder so? Nein. Schade, sonst hätten wir euch einen angeboten. Wir gehen einfach raus auf die Straße und fragen die Leute, ob die einen Black Gin Tonic mögen. Das ist eher fruchtig. Nicht so nach keinem... Gar kein Alkohol. Schade, wir haben heute nur Alkohol dabei. So, Frau Buchner, wir sind wieder da. Wir sind wieder da hier. Ja, Männer und eine Lady. Wir schauen jetzt mal, ob wir wieder hier... Wo ist er denn? Passanten... Das ist eine andere, die kenne ich noch nicht. Ja, genau. Wir schauen jetzt mal, ob wir ein paar Passanten finden, die sich trauen, einen Black Gin Tonic zu probieren. Ja, da wird es bestimmt welche geben. Männer, servus. Grüß dich. Trinkt ihr Gin? So einen fruchtigen Gin. Können wir euch eine Kostprobe geben. Einfach mal zu probieren. Ich bin ein Fahrer leider, aber die beiden theoretisch... Einfach Gin pur. Wir machen... Nein, nein, nein. Mit Tonic natürlich. So eine Mischung. Wärt ihr dafür offen? Ja. Ja? Ich vertreib dir eure Produkte. Hauptsächlich online. So, dann cheers. Lasst euch schmecken. Und? Was prügst du? Schmeckt gut. Ich bin jetzt kein Profi, aber... Eigentlich schon süß, ne? Sehr süß. Ist geil. Ja? Ja.